Es lohnt sich ja die Hütten ein, auf einen kleinen Einkehrschwung. Man geht bei keiner Hütten vorbei, sagen wir immer. Es ist immer lustig, wenn man in einer Runde erzählen kann. Kannst du noch erinnern auf meinen Opa, auf meine Oma? So ist sicher, die kennen ja alle. Alles was hausgemacht ist, was handgemacht ist, das schmeckt man. Okay.